Die neuen V6-Motoren für die Mercedes-Modelle zeichnen sich durch geringeren Kraftstoffverbrauch, gute Drehmomentcharakteristik und niedrige Abgasemissionen aus. Zu den technischen Highlights der Motoren gehört die Drei-Ventil-Technik. Die zwei Einlass- und das gekühlte Auslassventil werden über reibungsarme Rollenkipphebel gesteuert. Durch den Einsatz von Aluminium und Magnesium verringerte sich das Gewicht der Motoren gegenüber den bisherigen Reihen-6-Zylindern um rund 50 Kilogramm. Zu den weiteren Neuentwicklungen zählt das Schaltsaugrohr, mit dem die Länge des Saugkanals durch eine Klappe variiert werden kann. Ein kurzer Ansaugweg sorgt bei hohen Drehzahlen für optimale Leistungsentfaltung. Ein langer Weg steigert das Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen.